So meine Kinder, Folge 32! Auf Raze-Stand! OOHA! Ödland hab ich gehört! OOEDLAND! Tempus Vinkit Omnia! Die Zeit besiegt alles! Tempus Vogel! Dich zum Beispiel, früher oder später! OOAH! Ich toll nicht rum! Oh Gott sei Dank! Und hoch kommst du auch nicht! Hei hei hei! Ich hab genug gezogen, ja! Autsch! Ach doch, ich flieg direkt auf den Ball! Ach doch, ich flieg direkt auf den Ball! Autsch! Ach doch, ich flieg direkt auf den Ball! Autsch! 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 Nicola? Ich heiße Linda! Autsch! Just for your information! Autsch! Ich war ja da! Der hat ja geblockt! Ja! Das hab ich gesehen! Was machen die denn da immer, ey? Ne! Nicht mal halb! Oh! Den hast du schön gestoppt! Zack! Na, ich bin so noch runtergefallen! was für mich? Oder wird der serie? Oder wird er mal durch! Was? Das wäre gut... Und ich versuche... Wir sind da... Wir sind da da... Wir sind da... Nein, hab ich gut gemacht, ne? Ja. Zwei Vorsprung und so. Ach, wie immer. Au. Höh? Au. Alter. Arschschloch. Okay, hätte ich liegen lassen sollen. Entschuldigung. Ja, dann musst du doch mit rechnen, dass er immer direkt hinter dir fährt. Ach, der kommt ja scheiße. Ach, wie viel Glück? Ja. Guter... Oh, keine Güte. Oh, ei, oi, oi. Aha, wir sind nur noch zu zweit. Jawoll. Ich hab den Torwart mal behindert, ne? Juhu. Voll der Behinderte. Ach so. Ach du mal genau auf den Torwart? Äh, jetzt. Du springst. Wow. Gut, 45 Sekunden, ordentlicher Anstoß und dann geht das. Ja. Nehmen wir. Nehmen wir. Hab nur 4 gebraucht. Wow. Hi. Holy. Holy. Mach dem mal bitte einer rein. Alter. Ey, komm. Ja, was? Der hat nicht mehr gereicht, der Speed. Mehr ging nicht. Dass ich den so auf die Linie setzen würde, das war ja wohl schon halbe Stunde zu sehen, ey. Na, schade, dass der Gegner im Replay nicht mehr da ist. Ich wollte auch mal einen Verschiede nehmen. Ja. Ist keiner mehr da, der jetzt lesen kann, aber äh. 4-0. Quasi. Bis auf die zwei Gegentore. Stimmt. Nochmal schön rumgedreht. Oh, Division Up, Division 3. Puh. Rennt schon mal vor, ich komm nach. Puh. Dampf. Kommt da dahinter am Pfosten hergekrochen Den doch mal bitte Ja sehr gut War eine gute Flanke Mehr davon Ja definitiv Eine sehr schöne Flanke Wow Ja man ey Was auch immer das war davon weniger Ich vergesse immer aus der Ballcam rauszugehen Und dann lenke ich mir immer einen Wolf Es ist zum Kotzen Au Ich werde dauernd von irgendwelchen Leuten gerammt Wann vergisst du aus der Ballcam rauszugehen Sobald ich den Ball vor mir liegen habe Warum machst du das? Macht er ja nicht Genau das ist ja das Problem Zum Dribbeln könnte es praktisch sein Vielleicht Oh Oh War schon geflippt Chilion Dann auch noch halb vorgelegt Jajajaj Naja Bin nochmal gut gegangen Oh Gott Oh Gott Der war so gar nicht geplant eigentlich Habe ich ja schon mit gerechnet Ne Sehr gut Konnte ja nicht anders kommen Gute Frau die Julia Geh da doch mal weg Ach Bitte Hast du gerade Julia gesagt? Wer ist denn Julia? Ja ich glaubste auch Julia Paz Warum musst du da Rückwest zum Ball fahren Nicola? Warum? Werde ich nie verstehen Der war unentschlossen Achtung Du hast den Boost Oh der war schlecht Ich hätte keinen Boost Muss ich gar nicht Ich vertraue meinen Teammates Was? Oh Mann oh Oh Gott Ich frag lieber nicht Ja ich dachte halt schon dass Wer auch immer den spielt Den spielt Da war keiner Äh doch Nein Loll Wir haben uns das alle von vorne angeguckt Aber in Ruhe Na komm nicht hinterher Oh Mann Fahr lieber zurück Dreh um Fahr lieber zurück Dreh um Dreh um Jetzt nochmal so ne Flanke wie vorhin Oh Jawoll Genau Au 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 Sch Was? Oh Oh. Äh, viel zu früh. Lässt du das mit dem Rückfeld spielen, bitte? Ach, viel zu früh. Hm. Ah, jetzt auch nicht so doll. Oh. Eine blau karierte Fahne. Jetzt bin ich Bayer, wa? Äh, ja. Warte, ich hab vergessen sie anzulegen. Garage. Oh, jetzt lad doch mal. Bist du eigentlich behindert? Danke. So. Passt super. Kurz früh einmal. Um, zwei bis langam. Letziger. Ja. Jetzt bin ich Privat. Warum ist so schön? naja er ist drin ich weiß gerade nicht so immer ob ich hingehen soll was denn ja du fährst irgendwo rückwärts rum und ich weiß nicht so genau was du vor hast den ball rückwärts spielen sie ja nicht weiß nicht in richtung tor und so ich habe ich habe ich habe ich habe ich ich Das war's. Ach nein Oh, okay Umdrücken halt nicht Ah Schade Irgendwas muss man ja versuchen Au Schreck Mano Oh 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 Auf Wiedersehen Oh